Petronella Apfelmus Gestatten Petronella Apfelmus 100% echte Apfelhexe Er darf doch nichts von uns wissen Keine Panik Das kriegen wir beide schon hin Konzept Aufgepasst Lirumlarum Apfelbrei Gemahlte Torte Komm herbei Super Was macht ihr denn hier? Probieren Die Torte schmeckt nach Papier Ungenießbar Und jetzt? Was wohl? Los geht die Tortenbäckerei Tadah Tadah Das ist der schönste Ort auf der ganzen weiten Welt Tadah 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 Tadah